Vietnam, 1967. Amerikanische Luftlandetruppen bekämpfen kommunistische Aufständische. Afghanistan, 1985. Kämpfer der Mujahedin beschießen einen sowjetischen Kampfflugschrauber. Der Guerillakrieg ist eine sehr alte Form der Kriegsführung, doch er liegt den meisten modernen Kriegen zugrunde. Er tritt immer zusammen mit dem Anti-Guerillakrieg auf, mit dem der Gegner versucht, die Aufständischen zu besiegen. Diese Konflikte werden oft mit äußerster Brutalität ausgefochten. Alles weist darauf hin, dass diese Art der Kriegsführung in den Kriegen des 21. Jahrhunderts ähnlich oft zum Einsatz kommt wie in der Vergangenheit. Vietnam, 1962 bis 1975. Das Land ist in Nordvietnam und Südvietnam geteilt. Der nordvietnamesische General Vo Nguyen Giap braucht eine Strategie, um das Land unter kommunistischer Flagge zu vereinigen. Im Süden steht US-General William Westmoreland vor der Aufgabe, Giap entgegenzutreten und die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern. Afghanistan, 1979 bis 1989. Sowjetische Truppen besetzen das Land. Afghanische Widerstandskämpfer organisieren sich, um sie zurückzuschlagen. Sowjetgeneral Viktor Paputin leitet die ersten Schritte bei der Übernahme des Landes. In den Bergen Afghanistans planen die Stammesfürsten und Kommandeure der Widerstandskämpfer, die als Mujahedin bekannt werden, den Guerillakrieg gegen die sowjetische Besetzung. Hinter den Kulissen beider Kriege findet ein gewaltiges Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion statt. Beide Länder haben riesige Arsenale modernster Waffen angehäuft und sind fähig, sich gegenseitig mehrfach zu vernichten. Aber in Vietnam und Afghanistan sind US-amerikanische und sowjetische Generäle wie Westmoreland und Paputin gezwungen, nicht mit konventionellen militärischen Taktiken vorzugehen, sondern einen Krieg zu führen, den es schon seit tausenden von Jahren gibt. Der Guerillakrieg ist eine der ältesten Formen des Krieges. Hier kämpfen die Schwachen gegen die Starken. Er beruht auf dem Hinterhalt und gibt den Schwachen eine Chance auf einen Sieg. Im 20. Jahrhundert ist der Guerillakrieg nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der Grund dafür ist einfach. Nur wenige Staaten oder Organisationen haben die Mittel, eine moderne, konventionelle Kriegsführung zu finanzieren. Während des Kalten Krieges wurden viele regionale Kriege direkt oder indirekt von den USA und der Sowjetunion unterstützt. In Vietnam und Afghanistan sind die USA und die Sowjetunion direkt beteiligt. Ihre Befehlshaber und die ihrer Gegner müssen die gleichen Grundbedingungen für einen erfolgreichen Guerillakrieg erfüllen. Zielsetzung. Zielsetzung. Die Kommandeure beider Seiten müssen eine klare, eindeutige politische und militärische Zielsetzung haben. Unterstützung der Bevölkerung. Beide Seiten müssen versuchen, in den umkämpften Gebieten die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Beide Seiten müssen ihre Truppen sammeln. Auf der Seite der Aufständischen gibt es meistens eine militärische und eine politische Mobilisierung. Zermürbung des Gegners. Beide Seiten müssen versuchen, den Gegner durch anhaltende Aktionen zu schwächeln. Übergang. Die Befehlshaber müssen die Guerillataktik ab einem bestimmten Zeitpunkt in eine größer angelegte konventionelle Kriegsführung überführen. Übernahme. Die Aufständischen müssen versuchen, die Regierungsmacht zu übernehmen. Die Gegner müssen versuchen, die Guerilla-Angriffe und die Vorbereitung der dahinterstehenden Ideologie zu unterbinden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die letzte Bedingung, die Macht zu übernehmen oder die Verbreitung der Ideologie der Guerillakämpfer zu verhindern, besonders wichtig. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Kolumbien, Peru, Kuba, Bolivien, Algerien, Nigeria, Angola, Tschetschenien, Rhodesien, Mosambik, Sri Lanka, Malaysia. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Aber alles beginnt mit der ersten Grundbedingung für einen Guerillakrieg. Zielsetzung. Die Kommandeure beider Seiten müssen eine klare, eindeutige politische und militärische Zielsetzung haben. Die Ziele dürfen nicht nur kurzfristig oder militärisch sein, sie müssen ein langfristig zu erreichendes politisches Ziel beinhalten. Vietnam 1961. Präsident John F. Kennedy schickt die ersten amerikanischen Militärberater. Sie haben die Aufgabe, die Regierung von Südvietnam in ihrem Kampf gegen den kommunistischen Norden zu unterstützen. Aber der Guerillakrieg in Vietnam hatte schon viele Jahre zuvor begonnen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 hatten die kommunistisch geführten Viet Minh einen Guerillakrieg gegen die Franzosen geführt. Ihr Ziel war es, die Franzosen zu vertreiben und Vietnam zu einem kommunistisch geführten Land zu vereinigen. Und der Einsatz ihrer Guerillataktiken ist eine bereits bewährte Strategie. 1954 hatten die Viet Minh und der General Von Yen Giap die Franzosen in ihrer Festung bei Dien Bien Phu vernichtend geschlagen. Zur gleichen Zeit wird auf der Genfer Friedenskonferenz französisch Indochina aufgeteilt. Laos und Kambodscha werden eigenständige Königreiche. Im Nordosten entsteht das kommunistisch geführte Nordvietnam. Der Südosten wird zur Republik Vietnam. Direkt danach fallen die Nordvietnamesen im Süden ein. Als die Franzosen abziehen, unterstützen die Vereinigten Staaten die südvietnamesische Regierung in Saigon. Die Unterstützung weitet sich jedoch schnell zum Krieg aus. Um diesen Krieg zu führen, benötigen die Kommandeure auf beiden Seiten klare Zielsetzungen. Für den kommunistischen General Von Yen Giap bleibt die Zielsetzung gleich, obwohl er einem neuen Feind gegenübersteht. Die als Eindringlinge empfundenen fremden Soldaten aus dem Land zu werfen und es dann unter kommunistischer Flagge zu vereinigen. Für seine Gegenspieler ist die Situation komplizierter. Das Problem der Franzosen war, dass sich die kommunistische Plage, wie sie es nannten, nicht auf den Norden begrenzen ließ, sondern sich nach Süden ausbreitete. Das war auch nicht im Interesse der Amerikaner. Und so beteiligten sie sich zunehmend. In den frühen 60ern waren sie vollständig eingebunden. Dies ist ein amerikanischer Ausbildungsfilm über Anti-Guerilla-Kriegsführung aus den frühen 60er Jahren. Auch wenn die Amerikaner die ersten Schritte machten, die sie direkt in den Vietnamkrieg führten, ist den amerikanischen Kommandeuren bereits klar, mit welcher Art von Krieg sie konfrontiert werden. 1964 kommt ein neuer amerikanischer Befehlshaber nach Vietnam, General William Westmoreland. Sein Ziel ist klar, die Niederschlagung des Aufstands. Jetzt muss Westmoreland planen, wie er vorgehen wird. Er will mit seinen Truppen die Guerillakrieger aufspüren und mit seiner überlegenen Feuerkraft ausschalten. Auch sein Gegner, General Vo Nguyen Giap, hat eine klare Zielsetzung. Alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die Amerikaner aus dem Land zu werfen. In Vietnam haben also beide Kontrahenten und ihre politischen Führer eine klare militärische Zielsetzung. Politisch hat Hanoi ein langfristiges Ziel, das Land zu vereinigen. Washingtons langfristiges politisches Ziel ist weniger klar. Nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan haben beide Seiten ebenfalls klare militärische Ziele. Afghanistan ist durch seine Lage schon lange von großer strategischer Bedeutung. 1979 schicken die Sowjets Militärberater, um die Truppen der kommunistischen Regierung zu unterstützen. Bis zum Ende des Jahres wird aus der militärischen Unterstützung eine militärische Besatzung. Die sowjetische Zielsetzung ist eindeutig. Die Sowjets hätten dieses Gebiet gerne übernommen, um ihr Land besser an den Nahen Osten anzubinden, um ihn besser im Blick zu haben und zweifellos auch, um vielleicht einen Teil der Ölproduktion kontrollieren zu können. Für sie kam es einer Ausweitung des sowjetischen Imperiums gleich. Aber die Stammesfürsten und Warlords in den Bergen Afghanistans wollen die sowjetische Besatzung möglichst schnell wieder beenden. Ihre Zielsetzung ist eindeutig. Die Eindringlinge sollen wieder aus dem Land geworfen werden. Alle Kommandeure in beiden Kriegen haben also klare militärische Zielsetzungen. Die Sowjets in Afghanistan und die Kommunisten in Vietnam haben auch langfristige politische Ziele. Aber das langfristige amerikanische Ziel in Vietnam nach der Niederschlagung der Aufständischen ist unklar. Und ob das langfristige politische Ziel der Warlords nach dem Sieg über die Russen ein anderes ist, als die Rückkehr zur traditionellen Stammesherrschaft, darf bezweifelt werden. In Vietnam und Afghanistan müssen die Kommandeure jetzt die nächste Bedingung für einen Guerillakrieg erfüllen. Unterstützung der Bevölkerung Beide Seiten müssen versuchen, in den umkämpften Gebieten die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Ein klassisches Beispiel, wie wichtig die Unterstützung der Bevölkerung sein kann, liefert der Algerische Unabhängigkeitskrieg. Algerien war eine der ältesten Kolonien Frankreichs. Im November 1954 begann die FLN, die Algerische Befreiungsfront, einen Guerillakrieg gegen Frankreich. Nur knapp 10 Prozent der Bevölkerung waren französische Siedler. Es war offensichtlich, dass sich die Franzosen um die Unterstützung der Bevölkerung bemühen mussten. Zuerst attackierte die FLN nur militärische Ziele und Regierungsgebäude. Dann tötete die FLN in Philippville 123 Menschen. Die französische Antwort war hart. Nach französischen Angaben wurden 1200 Guerillas getötet. Nach Aussage der FLN sind 12.000 Muslime umgekommen. Im ganzen Land brachen Proteste aus. Mit nur einer Aktion hatte die französische Autorität die einheimische Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Land und Städte wurden von einem Guerillakrieg ungeheuren Ausmaßes überzogen. Als die USA Anfang der 60er Jahre in Vietnam immer mehr in die Auseinandersetzungen hineingezogen werden, haben Kommandeure wie Westmoreland ein großes Problem. Sie erben einen Konflikt, der von der ehemaligen französischen Kolonialbesatzung zurückgelassen wurde. Die Kommunisten arbeiten schon seit Jahren daran, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Sie können auf den Patriotismus der einfachen Leute zählen, indem sie die USA als einen weiteren Eindringling darstellen, der eine Marionettenregierung unterstützt. Hinzu kam, dass der Kommunismus für die verarmten Vietnamesen verführerisch war. Um dieser starken Anziehungskraft zu begegnen, müssen die südvietnamesische Regierung und ihre amerikanischen Helfer zeigen, dass sie die kommunistische Unterwanderung verhindern können und beweisen, dass die Demokratie Stabilität und Wohlstand bringen wird. Und die Kommunisten helfen ihnen unwissentlich bei dieser Strategie. Die vietnamesischen Kommunisten errichteten in den von ihnen kontrollierten Gebieten eine Schreckensherrschaft. Trotzdem konnten sie viele Gebiete kontrollieren, weil die Amerikaner und Südvietnamesen nicht in der Lage waren, für Sicherheit zu sorgen. Ein weiterer Grund, dass man sich nicht um die Unterstützung der Bevölkerung bemüht, ist die Ansicht von General Westmoreland, dass die Sympathie der Bevölkerung eher unwichtig ist. Er sagte, packt die Aufständischen bei den Eiern, dann wird ihre Sympathie schon folgen. Für Westmoreland ist militärisches Handeln und nicht der Rückhalt in der Bevölkerung die Grundbedingung für einen Sieg im Guerillakrieg. Afghanistan. Als die ersten sowjetischen Truppen einmarschieren, müssen die Kommandeure entscheiden, ob sie die Sympathie der Bevölkerung als wichtig erachten. Als sowjetische Panzer in Afghanistan einrollen und die Frachtmaschinen auf dem Flughafen von Bagram landen, sind die Probleme der sowjetischen Kommandeure in Bezug auf die Unterstützung der Bevölkerung sogar größer als jene von Westmoreland in Vietnam. Die Sowjets werden nicht nur als Eindringlinge angesehen, sie haben der afghanischen Bevölkerung offensichtlich eine Marionettenregierung vor die Nase gesetzt. Das Ergebnis war, dass die Menschen vor den Sowjets in die offenen Arme der Mujahedin flohen. Der Versuch, eine Marionettenregierung zu installieren, stärkte die Mujahedin. Ähnlich wie die Amerikaner in Vietnam versuchen die Sowjets, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen, indem sie die Annehmlichkeiten moderner Zivilisation ins Land bringen. Sie bauen Schulen und bohren Bronnen. Doch dieser Versuch der Sowjets, die Sympathien zu gewinnen, wird als Angriff auf lokale Traditionen und Werte verstanden. Tatsächlich waren diese Maßnahmen nicht nur untauglich, sie erhöhten auch die Feindseligkeit der Stammesfürsten gegenüber den sowjetischen Eindringlingen. Sie empfanden die sowjetischen Modernisierungsversuche als Angriff auf die afghanischen Traditionen. Auf der anderen Seite müssen die afghanischen Guerillakämpfer nicht viel tun, um sich der Unterstützung der Afghanen zu versichern. Besonders die Menschen in den rauen und unwirtlichen Bergen stehen zu ihnen. Die Loyalität der Menschen gegenüber den Guerillas beruht auf Stammeszugehörigkeit, verwandtschaftlichen Bindungen und traditioneller Verbundenheit, die in vielen Fällen schon jahrhundertelang Bestand hatte. Eigentlich forderten die afghanischen Kämpfer die Bevölkerung nur auf, weiter das zu tun, was sie schon seit vielen Jahren tat. In Vietnam und in Afghanistan sind es vor allem die Aufständischen, die kommunistischen Nordvietnamesen und die afghanischen Mujahedin, die diese Grundbedingungen für einen Guerillakrieg, die Unterstützung der Bevölkerung, erfüllen können. Ihre Gegner, die Amerikaner und die Sowjets, haben damit weniger Erfolg. Beide Kommandeure verkennen die Gegebenheiten vor Ort oder messen der Sympathie der Bevölkerung wenig Bedeutung bei. In Vietnam in den frühen 60ern und in Afghanistan 20 Jahre später müssen die Befehlshaber jetzt die nächste Grundbedingung für einen Guerillakrieg erfüllen. Mobilisierung. Beide Seiten müssen nun ihre Truppen sammeln. Das beinhaltet eine militärische und eine politische Seite. Diese Armee besteht aus bewaffneten Soldaten, die gegen die Besatzer oder die Regierung kämpfen. Aber auch aus Agitatoren, die die politische Botschaft in die Städte und Dörfer tragen. Zusammen sind die beiden Flügel sehr schlagkräftig. Und beide sind entscheidend, wenn der Aufstand vorankommen soll. Um diese Bedingung zu erfüllen, sammelte Frankreich 1956 mehr als 400.000 Soldaten, darunter die Eliteeinheiten der Luftlandetruppen und die Fremdenlegion. Zwischen 1956 und 1957 bediente sich die FLN klassischer Guerillataktiken wie Überfälle und Sabotageakte. Sie agierte aus der Masse der Bevölkerung heraus. Geiselnahme, Mord und Verstümmelungen waren alltäglich. 1957 teilten die Franzosen Algerien in Sektoren auf, die permanent von Truppen besetzt waren. Die Einheiten waren verantwortlich für die Niederschlagung der Aufstände in ihrem Gebiet. Das schränkte die Aktionen der Guerilla ein, band aber auch viele Truppen. Die Franzosen bestraften kollektiv die Einwohner der Dörfer, die verdächtig waren, den Guerillakämpfern zu helfen. Sie verlegten ganze Ortschaften aus den Bergen ins Flachland. Auf diese Weise wurden zwischen 1957 und 1960 mehr als zwei Millionen Algerier zwangsumgesiedelt. In Vietnam stehen General Giap bereits mobilisierte Truppen zur Verfügung, als er sich den Amerikanern entgegenstellt. Er verfügt über eine reguläre Streitmacht, die Nordvietnamesische Armee, kurz NVA, die jetzt in den Süden vordringt. Und er verfügt über eine Guerilla-Armee, den Viet Cong. Er besteht aus mehr oder weniger freiwilligen Kämpfern aus Südvietnam, die sich gegen die Regierung der Republik Vietnam auflehnen. Beim Aufbau dieser beiden Streitkräfte profitieren die Nordvietnamesen wieder vom Kampf gegen die Franzosen. Es ist die gleiche Situation, durch die die Amerikaner und die südvietnamesische Regierung bereits beim Kampf um die Sympathie der Bevölkerung ins Hintertreffen geraten. Es gab eine Übergangsphase zwischen dem Rückzug der Franzosen und der Einflussnahme der Amerikaner in den frühen 60ern. Dieses Vakuum wurde durch die zunehmende kommunistische Infiltration des ganzen Landes ausgefüllt. Als die Amerikaner eingriffen, kämpften sie gegen viele zehntausende neue Kommunisten. Und das konnten sie nicht bewältigen. Dieser militärische Vorteil von General Giab wird durch die politischen Aktivitäten der Kommunisten untermauert. Sie bildeten eine Armee aus Agitatoren, die in die Dörfer und Städte zogen. Zusammen mit den Soldaten stellten sie eine große und verführerische Macht für die lokale Bevölkerung dar. Und deshalb war die Armee der Aufständischen so erfolgreich. Auch General Giabs Gegenspieler, General Westmoreland, verfügt über zwei Armeen, die der Amerikaner und die der Südvietnamesen. Ab 1966 nutzt Westmorelands Oberkommando diese Streitkräfte, um eine zweigleisige Strategie zu verfolgen. Die Amerikaner bieten den südvietnamesischen Truppen Schutz, sodass diese sich auf die Sicherheit in den bewohnten Gebieten konzentrieren können, um die Sympathie der Bevölkerung zu gewinnen. Durch die Verbindung von Gewalt in Gestalt überlegener Feuerkraft und Beeinflussung durch die Erhöhung der Sicherheit für die ländliche Bevölkerung sollte der Einfluss der Kommunisten gebrochen werden und die südvietnamesische Regierung das Vertrauen ihrer Bevölkerung gewinnen. Afghanistan. In der Anfangszeit der Kämpfe mobilisieren die sowjetischen Generäle und die Führer der Mujahedin ihre Truppen. Auf den ersten Blick erscheinen die Sowjets gut ausgerüstet und vorbereitet. Im Vergleich dazu sind die Mujahedin schlecht bewaffnet. Sie ziehen sich in die ihnen vertrauten Bergregionen zurück. In Vietnam haben beide Befehlshaber Westmoreland und Chiap die Mobilisierung, die dritte Grundbedingung für einen Guerillakrieg, erfüllt. Aber in Afghanistan bestimmen die Mujahedin das Schlachtfeld, in dem sie sich in die Berge zurückgezogen haben. Und jetzt, da die Kommandeure die nächste Voraussetzung des Guerillakrieges erfüllen müssen, wird der Kriegsschauplatz entscheidend sein. Zermürbung des Gegners. Beide Seiten müssen versuchen, den Gegner durch anhaltende Aktionen zu schwächen. In Vietnam bestimmt General Westmorelands Sichtweise auf die Sympathie der Bevölkerung und auf den Aufbau von Chiaps' Armeen seinen nächsten Schritt im Kampf gegen die Aufständischen. General Chiaps' weitere Pläne für den Einsatz seiner zwei Armeen, der nordvietnamesischen Armee und dem südvietnamesischen Vietcong, hängen davon ab, wie schnell er die nächste Phase, den Übergang zur konventionellen Kriegsführung, erreichen will. Bei der Wahl seiner Strategie muss Westmoreland die Unterschiede der zwei Armeen von Chiap in Betracht ziehen, und hier haben die Amerikaner und die südvietnamesische Regierung ein Problem. Sie mussten sich gegen die konventionellen Truppen Nordvietnams verteidigen und einen Anti-Guerillakrieg gegen den Vietcong führen. Westmoreland muss sich entscheiden, welche Art von Krieg er führen soll. Einen konventionellen Krieg, einen Anti-Guerillakrieg oder eine Mischung aus beidem. Den größten Einfluss auf die Entscheidungen von Westmoreland und seinen Stab hat General Chiaps' nordvietnamesische Armee. Die Existenz einer großen und mächtigen nordvietnamesischen Armee näherte das amerikanische Vorurteil, den Konflikt als konventionellen Krieg zu betrachten. Das führte dazu, dass sich diejenigen, die mehr Mittel für einen Anti-Guerillakrieg haben wollten, an den Rand gedrängt sahen. Auch die Mobilisierung der US-Truppen wird von dieser Sichtweise bestimmt. 1962, zu Beginn des amerikanischen Engagements, befinden sich etwa 2000 US-Soldaten in Vietnam. Bis 1969 sind es mehr als eine halbe Million. Das ist ein Teil des amerikanischen Problems. Sie haben alle diese Soldaten in Vietnam, speziell in Südvietnam, und sie müssen sie auch nutzen. Und die Militärs sind natürlich besser im Kämpfen als im Gewinnen von Sympathien in der Bevölkerung. Und so führt die Bekämpfung der Aufständischen durch die Amerikaner zu immer mehr Gewalt, anstatt die Sympathien der Bevölkerung zu gewinnen. Westmoreland entscheidet sich also, keinen Anti-Guerillakrieg, sondern einen konventionellen Krieg zu führen. Zu diesem Zeitpunkt ist für Westmoreland und Giab die langsame Zermürbung des Gegners der Schlüssel zum Sieg. Aber der Begriff Zermürbung hat für jede Seite eine andere Bedeutung. General Giab will damit den Amerikanern zeigen, dass sie niemals gewinnen können. Für General Westmoreland bedeutet sie die völlige Vernichtung des Gegners. Die Kommunisten wählten diese Strategie, um die Amerikaner zu behindern. Sie wollten die Amerikaner überzeugen, dass sie niemals gewinnen konnten und deshalb das Land besser verlassen sollten. Für die Amerikaner bedeutete sie, das völlige Aufreiben des Gegners. Sie wollten so viele gegnerische Soldaten töten wie möglich. General Giabs Entscheidung, die beiden Arten der Kriegsführung zu kombinieren, indem er die nordvietnamesische Armee und den Vietcong einsetzt, stellt Westmoreland vor ein zusätzliches Problem. Seine Soldaten müssen den Vietcong aus dem Dschungel treiben. Doch dort kommen die Amerikaner nur schwer zurecht. Die Amerikaner, die sich in dieser unwirtlichen Umgebung bewegten, gerieten oft in einen Hinterhalt. Die Aufständischen, die Guerillakämpfer, behielten die Initiative. Und während sich die Amerikaner durch den Dschungel bewegten und herauszufinden versuchten, wo der Feind war, wurden sie einfach aufgerieben. Bis 1965 scheint Giabs Strategie erfolgreich zu sein. Aber in jenem Jahr begeht er einen seiner größten Fehler. Im Afghanistan-Krieg gegen die Sowjets beginnt die Zermürbungsphase des Guerillakriegs beinahe sofort. Es erinnert an den Kampf David gegen Goliath. Die leicht bewaffneten Mujahedin kämpfen gegen eine der stärksten Armeen der Welt, die über hochentwickelte Waffentechnik verfügt. Doch die Mujahedin wissen sofort, was zu tun ist. Sie mussten die Hügel, die Höhlen und die unzugänglichen Berge kontrollieren. Sie mussten das Gelände zu ihrem Vorteil nutzen. Die Sowjets in dieses Gelände locken und aus dem Hinterhalt überfallen. Es war ein klassisches Gelände für einen Guerillakrieg. Und die Afghanen wussten das. Anfangs sind die sowjetischen Planer auf die Straßen angewiesen. Doch dadurch werden ihre Truppen anfällig für Hinterhalte. Und die Mujahedin, die in ihren sicheren Bergverstecken bleiben, kann man auf diese Weise nicht besiegen. Dann ändern die Sowjets ihre Taktik. Sie führen weiter großräumige Operationen durch, fliegen aber zunehmend Hubschraubereinsätze, um Ziele in den Bergen anzugreifen. Die Mujahedin, die Konvois attackieren, finden sich plötzlich selbst in einem Hinterhalt wieder. 1983 werden die Mujahedin von der neuen sowjetischen Vorgehensweise kalt erwischt. Obwohl die überwältigende Mehrheit der sowjetischen Kämpfe von der schlecht ausgebildeten und wenig motivierten, wehrpflichtigen Armee ausgetragen wird, sind die wichtigsten Truppen bei dieser neuen Taktik die Spezialeinheiten des GRU Speznas. Sie leisten die Vorarbeit für die hubschraubergestützten Angriffe und Überfälle. Als Mujahedin verkleidet, operieren sie über längere Zeit hinter den feindlichen Linien. Sie sammeln Informationen und spionieren Guerilla-Stellungen für Luftangriffe aus. Die Mujahedin sind jetzt in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und können nicht mehr im offenen Gelände operieren. Angriffe aus dem Hinterhalt sind kaum mehr möglich. Es sieht so aus, als ob die Sowjets mit dem massiven Einsatz von Hubschraubern und Spezialeinheiten einen Weg gefunden haben, den Guerillakämpfern das Wasser abzugraben. Die Hubschrauber erlauben ihnen, auch unwegsames Gelände zu erreichen und so den Feind aufzuspüren. Doch das wird sich schon sehr bald ändern. In Afghanistan Mitte der 80er und in Vietnam Mitte der 60er Jahre ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem die Kommandeure die nächste Phase eines Guerillakrieges einläuten müssen. Die Guerillataktiken werden zugunsten einer strategischen, konventionellen Kriegsführung aufgegeben. In Algerien änderten die Aufständischen ihre erfolgreichen Guerillataktiken nicht. Doch die Franzosen taten das. Bisher waren einzelne Einheiten für spezielle Gebiete zuständig. Ab 1958 setzten die Franzosen regional unabhängige Truppen für groß angelegte Feldzüge gegen die Guerillakämpfer ein, sowohl in den Bergen als auch in der Stadt Algier. Bis 1959 sah es so aus, als ob die Franzosen die Oberhand über die Guerillakämpfer gewonnen hätten und Algerien kontrollierten. Dieser trügerische Frieden war alles, was die Franzosen in Algerien noch erreichen konnten. In Vietnam entscheidet sich General Giab 1965 für den kritischen Übergang vom Guerillakrieg zum konventionellen Krieg. Er beabsichtigt die amerikanischen und südvietnamesischen Truppen in konventionelle Kämpfe zu verwickeln und die südvietnamesische Regierung auf dem schnellsten Wege zu stürzen. Diese Taktik macht jedoch seine Streitkräfte lediglich zu einfachen Zielen für die überlegene amerikanische Feuerkraft. Diese Fehleinschätzung führt zu einem unerwarteten Ergebnis. Sie bestätigt Westmoreland, dass der Krieg nur durch konventionelle Kriegsführungen gewonnen werden kann. Obwohl der voreilige Versuch des Übergangs zur konventionellen Kriegsführung als einer der großen Fehler der Nordvietnamesen gesehen werden muss, hatte er doch einen Vorteil. Er bestätigte das Vorurteil der Amerikaner, dies wäre ein konventioneller Konflikt. 1965 und 1966 kann General Westmoreland, obwohl er konventionelle Taktiken in einem Guerillakrieg anwendet, Chiaps Truppen dank der Air Force große Verluste zufügen, besonders dem Vietkong. Nach der Schlacht im La Drangtal und nach der erfolglosen Belagerung des Stützpunktes Plaimeh scheint sich Chiap auf der Verliererstraße zu befinden. Er ändert erneut seine Taktik und entscheidet sich, seinem Feldzug jetzt eine neue politische Dimension zu verleihen. Er wird die Amerikaner und die südvietnamesische Regierung treffen, indem er den Krieg in Vietnam in die Wohnzimmer Amerikas trägt. 1954 gelang es General Chiap, den politischen Kurs in der Region durch die Einnahme der französischen Festung Dien Bien Phu zu ändern. Dieser Sieg hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Genfer Konferenz, die die zukünftige Aufteilung der Region beschloss. Nun nimmt Chiap eine Basis der US Marines bei Khe San ins Visier, um durch ihre Zerstörung zu zeigen, dass die Nordvietnamesen noch immer schlagkräftig sind. Doch die Belagerung von Khe San ist nur ein Teil von General Chiaps neuer Strategie. Am 30. Januar 1968, dem Tag des vietnamesischen Neujahrsfestes Thet, schickte seine Truppen in 36 südvietnamesische Städte, darunter die Hauptstadt Saigon, von denen man dachte, sie liegen außerhalb seines Einflussbereiches. Die berühmte Thet-Offensive hat begonnen. Für Chiaps Truppen ist es ein Selbstmordkommando. Sie haben keine schweren Waffen und sind in der Unterzahl. Doch zunächst scheinen sie überall zuzuschlagen. Eine Gruppe durchbricht sogar die Außenmauer der amerikanischen Botschaft in Saigon. Die Botschaft selbst ist nicht in Gefahr, aber die Fernsehbilder von toten Kämpfern des Vietkong innerhalb des Geländes vermitteln etwas anderes. In der alten Kaiserstadt Hue kämpfen die kommunistischen Truppen gegen die US Marines um jeden Straßenzug. General Chiaps Truppen erleiden enorme Verluste. Ende Februar haben die amerikanischen Streitkräfte alle kommunistischen Eindringlinge in den Städten eliminiert. Und am 6. April scheitert auch die Belagerung der Basis bei Kisan. Aber in Amerika entfalten die Fernsehbilder und Zeitungsberichte der Thet-Offensive eine enorme Wirkung. Auf den Straßen gewinnt die Friedensbewegung an Bedeutung. General Giab hat die militärische Schlacht verloren. Aber er ist auf dem besten Weg langfristig den politischen Kampf zu gewinnen. Mitte der 80er verschiebt sich auch in Afghanistan das Gleichgewicht. Je mehr sich die Sowjetunion engagiert, umso mehr interessiert sich auch die restliche Welt für Afghanistan. Ganz besonders jedoch die Vereinigten Staaten. Bisher sind die Mujahedin in ihrem Guerillakrieg den Sowjets unterlegen. Doch das ändert sich nun. Langsam rüsten die Mujahedin auf. Sie haben jetzt Zugriff auf modernste Waffen. Sie besitzen Boden-Luft-Raketen, hauptsächlich aus amerikanischer Produktion, Raketenwerfer, Mörser und moderne Nachrichtentechnik. Und das zeigt auch bald militärische Wirkung. Erfolgreiche Überfälle auf sowjetische Konvois sind jetzt nahezu an der Tagesordnung. Die Amerikaner belieferten die Mujahedin mit Waffen. Und wenn man so will, kämpften die Mujahedin stellvertretend für die Amerikaner im Kalten Krieg. Das führte zu einer sehr gefährlichen Situation. Das ist die Waffe, die das Kräfteverhältnis in Afghanistan umkehrt. Die amerikanische Stinger, eine Rakete, die von nur einem Mann abgefeuert werden kann. Damit verlieren die Sowjets ihren größten Vorteil in Afghanistan, die Hubschrauber und damit die Mobilität ihrer Truppen. Der erste sowjetische Hubschrauber wird im Dezember 1982 abgeschossen. Die Amerikaner hatten die Mujahedin mit Bodenluftraketen ausgestattet. Und Hubschrauber, die sich relativ langsam bewegen, geben auch ein sehr gutes Ziel für schwere Maschinengewehre ab. Die von den Sowjets bevorzugte Art der Fortbewegung wurde durch einfache Waffen verhindert. Und von da ab fiel es ihnen sehr schwer, den Gegner in den Griff zu bekommen. Die sowjetischen Verluste wachsen und mit ihnen das Gefühl, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Im März 1985 kommt ein neuer sowjetischer Generalsekretär an die Macht, Michal Gorbatschow. Er erkennt schnell die Verwundbarkeit des sowjetischen Systems, das unter dem Gewicht seines militärischen Engagements zu zerbrechen droht. Er sieht auch die Ablehnung des Afghanistan-Krieges in der eigenen Bevölkerung und will seine Truppen möglichst schnell abziehen. Im Februar 1988 nimmt Gorbatschow die Verhandlungen auf und versucht, einen Weg zu finden, um seine Truppen möglichst ohne Gesichtsverlust für die Sowjetunion zurückzuholen. Es ist der Anfang vom Ende des sowjetischen Imperiums. Im Februar 1989 sammeln sich die letzten sowjetischen Panzer und Truppen in ihren Kasernen, um sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Obwohl Versuche gemacht wurden, dies als Ergebnis von Verhandlungen darzustellen, ließ sich niemand täuschen. Der politische Wille der Sowjetunion war gebrochen worden. Sie war von einem Gegner bezwungen worden, der nie aufgegeben hätte. Die afghanischen Freiheitskämpfer verfolgten die gleiche Strategie der Vereitelung wie die Nordvietnamesen. Die sowjetischen Truppen zeigten sich verletzungsanfällig. Die Toleranz der sowjetischen Bevölkerung, diese Opfer zu akzeptieren, war sehr gering. Die Warlords der Mujahedin haben gewonnen, bevor sie die vorletzte Bedingung des Guerillakrieges erfüllen müssen, den Übergang vom Guerilla zum konventionellen Krieg. In Vietnam haben die Amerikaner nicht eine einzige Schlacht verloren und sind nach konventioneller militärischer Sichtweise auf dem Weg zum Sieg. Trotzdem treffen auch die Amerikaner die Entscheidung, sich zurückzuziehen und an die Südvietnamesen zu übergeben. Wieder ist der Grund eher ein politischer als ein militärischer. In Washington, an den Schaltstellen der Macht, ändert sich die Stimmungslage. Die Wirtschaft bereitet Amerika Kopfzerbrechen, besonders mit der sich abzeichnenden Ölkrise. Auch im Kalten Krieg hat noch kein Tauwetter eingesetzt. Und die Friedensbewegung auf den Straßen Amerikas wird immer stärker. Die Vereinigten Staaten und die Menschen dort wollen den Rückzug aus Vietnam. Im Juni 1969 ziehen die ersten Bodentruppen ab. Der Großteil folgt innerhalb der nächsten zwei Jahre. Im März 1972 startet Nordvietnam seine erste landesweite Großoffensive seit der TET-Offensive 1968. Anfangs kann die südvietnamesische Armee, unterstützt durch die amerikanische Luftwaffe, noch standhalten. Doch ein Jahr später, im März 1973, ziehen die letzten US-Truppen ab. Jetzt kann General Giab den Übergang zur konventionellen Kriegsführung einleiten, ohne auf ernsthaften Widerstand zu stoßen. Die Kämpfe dauern weitere zwei Jahre an. Dann, am 30. April 1975, bringen Panzer der nordvietnamesischen Armee in der Hauptstadt Saigon ein. Die letzten verbliebenen Amerikaner werden mit Hubschraubern aus der US-Botschaft ausgeführt. Und die Nordvietnamesen erfüllen jetzt die letzte Grundbedingung eines Guerillakrieges. Sie übernehmen die Regierungsmacht. Auch in Algerien wurde das Ende des Krieges durch die öffentliche Meinung in Frankreich und durch internationalen Druck herbeigeführt, dem sich die französische Regierung schließlich beugte. Wie die Mujahedin in Afghanistan wechselte auch die FLN nie zur konventionellen Kriegsführung. Im Juli 1962 wurde Algerien unabhängig. Als Saigon im April 1975 fällt, wird Vietnam unter kommunistischer Flagge vereinigt. 14 Jahre später haben die Warlords in Afghanistan den Guerillakrieg gewonnen. Auch sie haben den Wechsel vom Guerillakrieg zum konventionellen Krieg nicht vollzogen. Nun stehen sie vor der letzten Bedingung, der Übernahme der Macht. Doch dem Sieg der Mujahedin über die sowjetischen Invasoren folgt keine Machtübernahme. Die Guerillaführer sind nicht in der Lage, ihren Sieg zu festigen, indem sie die Regierung übernehmen und eine effektive Kontrolle des Landes aufbauen. Stattdessen folgt dem Abzug der sowjetischen Truppen ein neuer Bürgerkrieg, indem verschiedene Guerillagruppen, einschließlich früher verbündeter Gruppierungen, nun gegeneinander um die Kontrolle des Landes und die Vormachtstellung kämpfen. In den zwei bedeutendsten Kriegen des späten 20. Jahrhunderts kämpften die Generäle Giab und Westmoreland in Vietnam und die sowjetischen Kommandeure gegen die Mujahedin in Afghanistan. Wie erfüllten die Befehlshaber die Grundbedingungen eines Guerillakriegs? Zielsetzung In Vietnam hatte General Giab ein klares Ziel, das Land unter kommunistischer Flagge zu vereinigen. Westmoreland hatte auch ein klares militärisches Ziel, die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern. Er hatte jedoch keine langfristige politische Strategie. In Afghanistan hatten auch die sowjetischen Kommandeure ein klares Ziel, den sowjetischen Einflussbereich zu vergrößern und zu festigen. Auch die Mujahedin hatten ein klares Ziel, den Eindringling zurückzuschlagen. Unterstützung der Bevölkerung In Vietnam baute Giab ein System auf, mit dem er sich die Sympathie von Teilen der südvietnamesischen Bevölkerung sicherte. Westmoreland unternahm einige kleine Versuche, um dies zu erreichen, zog aber konventionelle militärische Methoden vor. In Afghanistan taten die Sowjets auch nur wenig, um die Unterstützung der Zivilbevölkerung zu erlangen und versagten letztendlich. Die Führer der Mujahedin mussten sich nicht weiter bemühen, sie konnten sich der Unterstützung der Landbevölkerung sicher sein. Mobilisierung In Vietnam besaß Giab bereits seine reguläre nordvietnamesische Armee und die Unterstützung des südvietnamesischen Vietcong. Westmoreland verfügte über seine amerikanischen Kräfte und die südvietnamesische Armee. In Afghanistan stellten die Sowjets ein massives Aufgebot an Menschen und Material. Die Mujahedin begannen mit wenig, wurden aber immer besser ausgerüstet und versorgt, besonders von den Vereinigten Staaten. Zermürbung des Gegners In Vietnam versuchte Giab, die Amerikaner durch die Guerilla-Taktik zu zermürben, um sie zum Abzug zu zwingen. Westmorelands Definition von Zermürbung war eine andere. Er wollte möglichst viele nordvietnamesische Soldaten und Kämpfer des Vietcong töten. In Afghanistan schienen die Sowjets ursprünglich diese Voraussetzung zu erfüllen, besonders weil ihnen ihre Hubschrauber mehr Bewegungsfreiheit verschafften. Sobald die Mujahedin jedoch neue Waffen erhielten, speziell die Boden-Luft-Rakete Stinger aus amerikanischer Produktion, begann ihr Siegeszug. Übergang In Vietnam verlor General Giab beinahe den Krieg, weil er zu schnell vom Guerilla zum konventionellen Krieg wechseln wollte. In den letzten Tagen nach dem Abzug der Amerikaner erfolgte ein schneller Übergang, dem die südvietnamesische Armee wenig entgegenzusetzen hatte. In Afghanistan hatten die Mujahedin keinen Grund vom Guerilla-Kampf zur konventionellen Kriegsführung überzugehen. Übernahme In Vietnam wurde das Land sofort unter kommunistischer Flagge vereinigt. In Afghanistan kehrten die siegreichen Führer der Mujahedin zur alten Ordnung mit Stammesfäden und Konflikten zurück, anstatt zusammen das Land zu regieren. Das bereitete den Taliban, Al-Qaida und Osama Bin Laden den Weg. Viele Konflikte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden durch einen Guerilla-Krieg entfacht. Und es scheint unausweichlich, dass sich dies im 21. Jahrhundert fortsetzt. Solange strategisch Schwächere einer starken Macht gegenüberstehen, wird der Guerilla-Krieg seine Berechtigung haben. Er gibt dem Schwächeren die Möglichkeit, einen verheerenden Schlag gegen den Stärkeren zu führen. Egal, ob es im politischen Zusammenhang eines Aufstandes passiert oder ob es um die Bekämpfung einer Invasion geht. Der Guerilla-Krieg ist eine der einfachsten Formen der Kriegsführung. Selbst heute beruht er auf dem einzelnen Kämpfer, nicht auf der Raffinesse der Waffen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Mit ihm kann David noch immer gegen Goliath kämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020